Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Refuge. Wir möchten heute unsere... Wo hab ich? Nee, das nicht. The Lab. Hier unseren Basic Power Storage, die Let's Stone Energy Cell machen, damit wir unsere Power speichern können. Smelting haben wir gemacht. Achso, pick one. Nehmen wir die Rewardback, weil Eisen haben wir mittlerweile genug, zeige ich euch. Netherrack, Shard, Toe. Hier, du bist da ja. Ich hab's so ein bisschen aufgestellt, damit das Zeug hier hinten rauskommt. Hier sind nur die Diamanten, du bist fertig, oder? Ja. Ähm, gut, dann kannst du raus. Stein kommt natürlich auch mit raus. So, hier haben wir so viel Eisen haben wir. Das reicht erstmal. Ups, die Shards können hier hin. So, Rewardback haben wir eine. Gut, was ist da drin? Slime Shard. Toll. So, ähm, hier. Let's Stone Energy. Let's Stone? Ja. Let's Stone. Let's Stone. Wo bist du? Ähm, okay. Haben wir so viel Redstone? Ja, locker. Light, Eisen hab ich, weiß gar nicht. Ich nehm alles mit, aber Bronze hab ich gesehen. Okay, da. Äh, Kupfer. Kupfer. Das hier, das hier. Dankeschön. Glas. Da ist mein Glas. Mach. So. Dann haben wir das. Nein, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Ach so, ist egal. Ähm, Gold und Redstone. Und jetzt so. Passt. Raus damit. Und dann haben wir den Perfekt. 100 und kriegen 4 Let in God. Und dann kommt das wieder weg. Und die stellen wir mal hier hin. Genau, zieh alles raus. Da ist noch ein bisschen was drin. Kohle haben wir auch genug. Ähm, gut. Weiter geht's mit... Hier, das brauchen wir erstmal nicht. Ich will erstmal, genau, Induction Smelter. Den machen wir jetzt. Island Gear, okay. Induction. Ich werde denn sowieso das ganze Zeug da unten, wo unsere Schmiede ist, hinstellen, weil ähm, sich das alles sowieso denn in den Raum hier unten verschiebt, weil da unser M-E-System ist. Und dann würde ich einfach Kabel nach oben ziehen und dann haben wir da oben einen großen Raum. Ja, hier brauchen wir auch noch Strom. Soweit ist ja hier alles, das zieht ja alles nur Strom aus den Dingern, ne? Energiziell, ja, na klar. Das ist hier, ähm, mit den Dingern. Okay, lass ich mal kurz gucken. Was bist du? Covered? Ja, ja. Okay. M-E-Controller. Was ist das? Crafting Terminal. Genau. So. Aber so weit sind wir glaube ich noch nicht. Was ich noch machen wollte, außerdem... Das weiß ich nicht. Nether. Das ist mir nicht so wichtig. Das Zeug ist klar, das machen wir dann. Damit machen wir auch noch nicht weiter. Wieso habe ich hier für Prozent? Questbook, okay. Genau, und das ist dann halt noch. Aber erstmal machen wir hier unsere obersten Quests alle fertig. Und nehmen erstmal hier ein bisschen Zeug wieder raus. Das hier, ähm, Holz weiß ich nicht. Vorsichtshalber. Ich habe sowieso nicht alles dabei. Okay, das haben wir noch. Das habe ich gesehen. Das haben wir nämlich bekommen. Wir brauchen aber nur zwei. Ähm, das haben wir nicht. Raus. Und diese sind die andersrum als das andere. Ist das dann was anderes? Kon, du weißt schon. Okay, es ist wirklich was anderes. Okay. Einmal habe ich, glaube ich, im Inventar. Ja, aber einen vollen, also machen wir uns einen neuen. So. Den haben wir. Hier. So, dafür kriegen wir das Zeug. Wunderbar. Weiter geht's mit... Let's Stone Flux Duck. Layout. Bist du das? Ja. Das haben wir nicht. Ähm, Kobold. Nee, das brauche ich. Habe ich Glas? Ja. Ich hoffe, eins reicht. Hier war dieser Block. Dankeschön. Der Reward Pack. Das machen wir gleich einmal auf. Emerald Essence. Ist okay. Ist okay. So, weiter geht's mit... Hardent. Ähm. Hardent. Wo bist du? Hier bist du. Ähm, Invar habe ich. Davon und das. Invar, Invar, Invar. Nein, du bist kein Invar. Du bist Invar. Ich brauche mich bitte. Du kommst raus. Ach, du kommst raus. Dankeschön. Oh. Wie brauche ich denn? Okay, also zwei Sätze. Ja. Haben wir abgefunden. Die da. Reward greater. Cool. Toll. Toll, toll. So, das weg. So. Even bigger bags. Toika. Mh, Pouch habe ich gelesen. Pouch. Da bist du. Was ist das? Glaube, Pouch. Okay. Ähm, Strings und Leather. Ich glaube, so viel Leder habe ich nicht. Ähm, zwei. Fünf. Hier. Brenn das. Und drei Strings. Dankeschön. So. Gibt das. Haben wir die auch schon erledigt? Toll, was kann man noch was das? Cotton. Ich dachte Pumpkin. Dann hätte ich mich gefreut. Hier goes his team. Put the pouch inside your bag. Back then right click it. Ah, okay. Okay. Ich habe es verstanden. Toigan wollte ich mal angucken. Was macht die? Nichts. Okay. Ähm, Fluid Transposer. Fluid. Gibt es hier nicht einen normalen? Nee. Ist der richtige. Okay. Ist egal, welches. Wer ist denn der? Basic. Okay, ist egal. Copper. Ähm, Reception. Glas habe ich nicht mehr. Sand habe ich, ähm, habe ich noch. Ich will aber nicht alles. Wir machen nur elf. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Lass das. Danke. Ähm, Glaskopper. Alles klar. Ja, habe ich. Die habe ich auch noch. Ja. Glas. Ähm, Eimer. Eimer, Eimer, Eimer. Weg. Danke. Entschuldigung. So, raus damit. Und dann können wir dich herstellen. Nicht, weil ich dich noch brauche. Da. Perfekt. Haben wir. Rewards. Portable Tank is cool. Bucket. Rewid Transposer. Ich habe vergessen, was du warst. Achso, okay, ja. Geh weg. Wir brauchen auch nur Revenge. Ähm, du gehst weg, du. Ich glaube, ich habe gerade das Falsche aufgestellt, oder? Reduction. Den brauchen wir da eigentlich gar nicht. Wir haben doch hier den Alloy. Wir brauchen eine Range. Mach ich gleich. Sofort. Boah, ist ganz schön schnell voll. Okay, ähm. Gut. Dich. Ich stelle euch erstmal weg, weil ich euch sowieso nochmal umstelle. Und zwar, ähm, nach unten. So, weiter geht's. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Burn, dann magma Crucible. Das habe ich. Das habe ich auch. In Vagir, das könnte teuer werden. Du bist das. Ich kann nicht mal schnell machen. Was ist das hier? Was ist das? Gut. Dich habe ich. Dich habe ich gemacht. Dich habe ich... Ah, sogar genug. Perfekt. Ähm, dann brauche ich dich. Und dann habe ich dich nicht, weil ich... Nether Bricks brauche. Wo ist mein Chisel? In meinem Rucksack. Ja. Du kommst wieder zurück. So, und dann habe ich dich fertig. Perfekt. Also kann ich aus, ähm, Nether Zeug, ähm, Lava machen, oder was? Das wäre sogar ganz praktisch für die Schmiede unten, weil da haben wir nämlich noch keine Lava. Geht das ehrlich? Ähm, da? Geht das nicht? Nee. Warum nicht? Du gehst? Aber du machst nichts. Das ist klar. Lava. Obsidian ist Lava. Okay. Das Piratenwasser, ja. Energies Glowstone. Resonant, ja. Steine? Ja, du bist ja auch Lava. Warum machst du denn da nichts? Ach, jetzt machst du was? Okay. Ähm, cool. Aber dann brauche ich euch ja nicht. Warum kriege ich das? Oder? Geht das? Nein. Nee. Ja, ja, ist klar. Schüssel. Mhm. Nö, na dann. Geht weg. Das ist cool. Aber es dauert ewig und kostet viel, wa? Wie viel kriege ich? Einen Eimer. Ähm. Hast du mich? Ähm. Komm mal her. Kann ich dich? Ich brauche eine Ranch. Ranch. Nee, Hämmer, oder? Hämmer. Zinn und Eisen. Zinn habe ich. Eisen. So, und so. Ich muss mal auf die Zeit gucken. 13 Minuten, adieu. Input. Konfiguration. Ah, perfekt. Mach das mal, das gut. Super. So, dann haben wir auch die. Ähm, dann geht's weiter mit... Slicen. Ähm, warte mal, das war wichtig für... Irgendeine City, die ich ganz dringend brauchte. Warte mal, Ender. Ups. Sie. Wie heißt du? Ender. Ender. Enderium. Seed 9. Ender. Was ist das hier? Enderman Seeds. Imperio Ender Perle. Das bringt mir nichts. Okay. Nee. Gut. Also das dauert noch, sozusagen. Ender Ukulele. Okay. Ender Horn. Ender Oboe. Was ist das Ender Backfire. Okay. Ähm, okay. Slicen Spice. Du könntest teuer werden. Slicen Spice. Spice. Zombie Kopf. Zombie Kopf? Zombie Kopf. Irgendein Kopf. Irgendein Kopf. Okay. Perfekt. Die haben wir hier genug. Und zwar nehmen wir... Nehme ich den T-Shirt. Hier den. So. Du kommst hier hin. Ähm, sch... Oh Gott. Solarium. Ähm, Gold und Soul Sand. Ja. Nether Essence. Nether Seeds. Kutio und irgendwas. Das kriegt man sogar hin. Kann ich auch? Oh, jetzt hab ich's nicht gekürzt. Hier wartet. Das hier. Warte mal. Hopp ich auch. Nether Bricks. Ja, ich hab's gesehen. Alles gut. Also du kommst mit. Ähm. Die kann ich dann gleich runterpacken. Ja, mal gucken. Ich hab hier übrigens auch, ähm, eine Springkleranlage. Reingemacht. Die jetzt leer ist. Aber ist nicht so schlimm. Läuft alles. Ich versuche, ähm, das Wichtigste hochzubreeden. Kartoffeln und so'n Kack. Äh, Also nicht Kack, ist schon. So. Dann einmal runter. In diesen Raum. Dann brauche ich mal bitte, ähm, von euch gar nichts. Ich brauche Seeds. Die hier. Die gelben, oder? Die gelben waren das. Ich glaub, ist schon. Ich glaub, das reicht. Oh, das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, was das Höhere ist. Du bist das Höhere, weil du nicht identifiziert werden kannst. So, meinen Stein habe ich hier drin. Da bist du. Und dann machst du mal bitte gelbes Zeug für uns. Hört sich komisch an. Das reicht mir, danke. Raus mit dir. Seed in der Mitte. Das hier. Und das, perfekt. Das ist super. So, und dann. Verrückt das. Und auf geht's. Du wächst relativ schnell. Das geht. Wassereimer. Bisschen duschen. So, du mach mal. Und wir gucken uns an, was wir in der nächsten Folge machen können. Bis dahin, tschüss. Wir gucken uns an, wenn das. Langsam ist das. Dann geht's. Aj 56. Vielen Dank.